Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und vielleicht setzt du dir auch schon Ziele für das kommende Jahr. Doch davor solltest du zwei Dinge machen. Dir deine Erfolge in diesem Jahr bewusst machen und vor allem, was hast du gelernt? Ich teile jetzt mit dir meine drei wertvollsten Learnings in diesem Jahr und wie die auch dir helfen können, im nächsten Jahr voll durchzustarten. Mein Name ist Christian Bischof, ich bin Mindset Coach und mein erstes wertvolles Learning in diesem Jahr ist Team statt Ich. Ich oder in anderen Worten, vertraue, lass dich in den Fluss des Lebens fallen. Viele haben das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen, dass ich dieses Jahr beruflich komplett neu durchgestartet bin, in einem neuen Setting mit einem neuen Manager an meiner Seite, einem neuen Team. Das war nötig. Ich habe mich in den letzten fünf Jahren sehr, sehr weiterentwickelt und die Menschen in meinem alten Umfeld hatten sich auf ihre Art so weiterentwickelt, dass eine Änderung für alle Beteiligten einfach sinnvoll war, dass jeder auf seine Art vorankommen kann im Leben. Doch die Veränderung war wirklich groß. Vor Corona hatte ich ein Team mit 40 Mitarbeitern und seitdem hat sich alles verändert. Noch zwei Personen aus diesem alten Umfeld sind dabei. Doch rückblickend war das wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte. Und dieses Jahr war ein geniales Jahr. Warum? Weil ich eine ganz neue Art zu arbeiten kennengelernt habe, eine geniale Co-Kreation und Zusammenarbeit mit meinem Manager. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir kreieren zusammen, wir sind auf der gleichen Mission, wir haben die gleichen Werte, die gleichen Ziele. Wir wollen die Welt und andere Menschen besser machen. Er trägt mich, ich trage ihn. Alles ging so Hand in Hand und ein wertvolles Learning ist, beruflich wie privat. Wenn du 100% durchstarten möchtest, beziehungsweise privat glücklich und erfüllt sein möchtest, dann ist wichtig, dass die Menschen, die ganz eng an dir dran sind, die gleichen Werte und die gleichen Ziele haben. Gleichzeitig gab es dieses Jahr eine neue Positionierung, Mindset-Coach. Noch spitzer, fokussierter, klarer als in der Vergangenheit, dass ich immer tiefer gehen kann in einem Thema. Und daraus sind geniale Dinge entstanden. Die Ausbildung zum Mindset-Coach, die wirklich grandios ist, wo du Mindset, das ist ja die Art und Weise, wie du denkst und das Wichtigste in deinem Leben, weil alles entsteht in unseren Gedanken, von Grund auf lernst. Es gab neue, geniale Online-Kurse wie Mindshift und Bewusstheit und vor allem neue Seminare, Create Your Own Reality und Self Mastery. Und auch wenn für den Außenstehenden der Erfolg im Außen dieses Jahr kleiner zu sein scheint, als in der Vergangenheit, also du brauchst nur mal auf YouTube gucken, die Videos, wie viele Klicks hatten die vor fünf Jahren, wie viele Klicks haben sie aktuell, das sieht so aus, als wäre der Erfolg viel kleiner. Nun, erstens, die Zeiten haben sich wahnsinnig geändert und gleichzeitig fühle ich mich beruflich besser und für mich erfolgreicher als jemals zuvor. Weil Erfolg für mich eine ganz andere Definition hat als vor fünf Jahren. Erfolgreich sein heißt für mich beruflich mit Leib und Seele bei einer Sache dabei sein und gleichzeitig ein Leben in Balance zu führen. Das heißt, Erfolg kannst du nur selber definieren. Und diese Definition kannst du nur im Innen finden, weil wenn du die Definition immer im Außen suchst, über Ziele im Außen, dann bist du auch im Außen nach außen gerichtet, mit deiner Aufmerksamkeit und deiner Wahrnehmung und dann kannst du im Außen unglaublich viele Enttäuschungen sammeln. Also, was bedeutet Erfolg im Innenfilm dich? Und für mich war eine Riesenerkenntnis dieses Jahr. Im Team ist immer so viel mehr möglich als alleine, wie früher schon im Profisport, so auch jetzt beruflich. Von dem her danke an mein Team, die alle an einem Strang ziehen auf unserer Mission. Alle Menschen, die ein Meistermindset für ihr persönliches Meisterleben aufbauen wollen, so gut wie möglich zu unterstützen. Zweites wertvolles Learning in diesem Jahr. Die Liebe ist das Wichtigste. Du kennst das Sprichwort, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und so ist es auch bei mir, meine Göttin, Kerstin. Und die beste Persönlichkeitsentwicklung auch in diesem Jahr hatte ich selbst wieder in der Partnerschaft und mit den Kindern. Da kannst du so viel lernen und in der Partnerschaft vor allem Respekt, Bewunderung, Wertschätzung. Ich habe so viel von Kerstin dieses Jahr wieder gelernt. Einen Menschen einfach sein zu lassen, immer hinter ihm stehen, immer jemanden unterstützen, seinen Weg zu gehen, glücklich zu sein. Nie zweifeln, auch wenn es mal schwere Tage gibt, wohlwollend zu sein und dem Partner immer signalisieren, dass man an seiner Seite steht. Die gleichen Werte und die gleichen Ziele zu haben. Und so, dass mir jetzt gerade, wo ich wieder drüber spreche, bewusst wird, ich bin angekommen. Nun, ich war schon auch angekommen letztes Jahr und vorvorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Doch sich das immer wieder aufs Neue bewusst zu machen. Nie, nimm bitte nie deine wertvollsten Beziehungen, das können genauso Freundschaften sein oder in deiner Familie, als selbstverständlich hin. Beziehungen gehen nämlich häufig auseinander, weil wir etwas als gegeben, als selbstverständlich, den anderen als selbstverständlich hinnehmen. Und es zu merken immer, hey, in meiner Beziehung, entweder es gibt was zu arbeiten oder es ist gut so, wie es ist. Und mir wird jetzt wieder bewusst, besser geht es nicht. Alle Verlockungen da draußen sind nicht mehr existent und ich weiß, wo ich hingehöre. Und diese Beziehung und dieses Gefühl, das ist so wertvoll, weil es mich wahnsinnig im Leben trägt. Die Frage an dich ist, was sind für dich deine wirklich wichtigen und wertvollen Beziehungen? Weil Beziehungen sind emotionale Nahrung für die Seele. Das dritte Learning in diesem Jahr ist, dass das Entscheidende im Leben die Fragen sind, die du dir stellst. Und eine der wichtigsten Fragen dieses Jahr in meinem Leben war die Frage, davor aber eine kurze Erklärung. Warum sind die Fragen, die du dir bewusst und unbewusst in deinem Leben stellst, zu entscheiden? Weil die Fragen, die du dir stellst, die lenken deine Aufmerksamkeit, deine Wahrnehmung, sprich dein Geist, dein Gehirn in eine bestimmte Richtung und auf diese Fragen findet dein Gehirn Antworten. Ganz einfache Lebensregel, wenn du dir im Leben eine schlechte Frage stellst, musst du schlechte Antworten finden, beziehungsweise dein Gehirn schlechte Antworten finden. Wenn sich ein Mensch die ganze Zeit fragt, was stimmt mit mir nicht, findet der Kopf immer Antworten, was mit dir nicht stimmt, auch wenn dein Leben eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Nur weil du dir eine falsche Frage stellst. Genauso gilt, stelle eine gute Frage in deinem Leben, du zwingst deinen Geist, dein Gehirn, deinen Einständer zu gute, bessere Antworten zu finden und du führst ein gutes und ein besseres Leben. Und eine der zentralen Fragen für mich war dieses Jahr, was bedeutet Lebensqualität für mich? Ich habe über die Jahre gelernt, eine Personenmarke zu sein, ist extrem anspruchsvoll und potenziell immer sehr, sehr anstrengend. Das sieht nach außen immer so leicht aus, da stürzen sich ja die Mainstream-Medien ja auch gerne drauf in unserer Branche. Was ein Seminarticket kostet, 2.000, 3.000 Euro und ach, wie Geld die Person verdient. Doch man sieht von außen natürlich nicht die Kehrseite. Als ich vor Corona 40 Leute in meinem Team hatte, glaub mir, das ist Druck, wenn du das als Personenmarke alles alleine einspielen darfst, für alle dich verantwortlich fühlst. Und ich habe daraus aber auch was Wertvolles gelernt über die Jahre, dass die Kunst nicht ist, im Leben beruflich in einer Branche irgendwann einmal nach oben zu kommen, sondern was auch immer du machst, das Ganze über einen sehr langen Zeitraum hochwertig zu machen. Wirklich qualitativ hochwertig. Und das ist auch der Anspruch, den ich an mich selbst habe als Mindset-Coach. Und um das zu schaffen, darfst du dir immer neue Fragen stellen, wie du das erreichst. Und in diesem Jahr war für mich eine der zentralen Fragen, weil ich bin mit Leib und Seele bei meinem Beruf dabei. Und die Frage war, was bedeutet Lebensqualität für mich? Zum Beispiel auf meinen Körper zu achten und ihn täglich zu pflegen, weil der Körper ist das Instrument, das dein Geist zu seinen Träumen und Zielen trägt. Oder möglichst viel Kontrolle über die eigene Zeit zu haben und daraus habe ich gelernt, ganz viel Nein zu sagen. Nicht gegen die anderen, sondern für mich, weil diese Zeit ist wichtig, um in der Stille zu sein, weil nur so wirst du wirklich kreativ. Lebensqualität bedeutet für mich auch, kein Stress zu haben, kein Druck, kein Müssen, weil mit Druck und Müssen kommt selten Qualität am Ende bei raus. Dabei so oft wie möglich im Flow, im Fluss des Lebens zu sein, im kreativen Freiraum und vor allem auch Phasen zu haben, in denen es keinen Beruf gibt, keine Seminare, keine Online-Kurse, Podcasts oder YouTube-Videos. Und das sind zum Beispiel die Ferien, wenn wir mit den Kindern in Urlaub fahren, weil die Kinder sind nur einmal jung und 18 werden sie so schnell. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt für dich, wenn du auch Kinder hast. Und was bedeutet Lebensqualität für mich, kann eine sehr wertvolle Frage sein, um für dich zu definieren, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Zwei andere Fragen sind, was bedeutet ein glückliches und erfülltes Leben zu führen für mich? Und in Bezug auf deinen beruflichen Erfolg, nicht Hasseln, sondern wie geht es so einfach und leicht wie möglich? Wie erreiche ich Dinge, wie erreiche ich Ziele so einfach und leicht wie möglich? Ein hoch, wirklich hochgradig, erfolgreicher Bekanter hat einmal zu mir gesagt, Christian, ich springe immer nur so hoch, wie ich gerade irgendwie muss und trotzdem kann ich richtig erfolgreich sein. Und du merkst schon, mit diesen Fragen zwingst du dein Gehirn dazu, immer bessere Antworten zu finden und damit Schritt für Schritt dich in ein besseres Leben zu entwickeln. Also, drei meiner wertvollsten Erkenntnisse, Learnings dieses Jahr, Team statt ich, Vertrauen, anderen Menschen Vertrauen, in den Fluss des Lebens zu gehen. Die Liebe ist das Wichtigste und die Fragen, die du dir stellst, sind ganz, ganz entscheidend. Und das heißt nicht, dass es nicht Wachstumsgelegenheiten gibt, dass es nicht auch mal hakt, dass da nicht Lernlektionen sind, doch aus solchen Erkenntnissen kannst du ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und deswegen nimm dir jetzt gerne Zeit zum Reflektieren. Was sind deine drei wertvollsten Learnings in diesem Jahr? Was hast du dieses Jahr geschafft? Welche Fortschritte hast du gemacht und vor allem diese Fortschritte dann auch zu feiern? Weil hier ist noch ein Gedanke. Viele Menschen machen dauerhaft einen Fehler. Also sie setzen sich ständig Ziele und sie haben ein Bild von sich. Der Mensch, der sie heute sind und da, wo sie heute stehen und dann ihr zukünftiges oder ihr ideales Ich, da, wo sie gerne wären. Doch noch nicht Sinn. Und das ist ja auch ein ganz populäres Konzept in unserer Branche. Es ist ein sehr, sehr gutes Konzept und hat einen Fallstrick. Nämlich die Gefahr, dass du den unbewussten Glaubenssatz entwickelst, da zu meinem idealen zukünftigen Ich, da muss ich hinrennen, da muss ich mich hinarbeiten, da muss ich mich hin anstrengen, da bin ich noch nicht. Also ist mein Leben noch nicht gut genug. Wir sind gerade in meiner Ausbildung zum Mindset Coach mit den aktuellen Teilnehmern im Modul Limitierende Glaubenssätze. Und ich habe letzte Woche unsere Teilnehmer gefragt, was sind deine limitierenden Glaubenssätze? Und du glaubst es nicht, der mit Abstand Nummer eins limitierende Glaubenssatz ist, Erfolg ist harte Arbeit. Und dann ganz viele verwandte Glaubenssätze, die unsere Teilnehmer alle gesagt haben, ich lese dir mal vor, also in seinen Abwandlungen, ohne Fleiß kein Preis, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ohne harte Arbeit kein Erfolg. Das Leben ist anstrengend und wenn ich was erreichen will, dann muss ich alles geben, ich muss mich immer anstrengen, ein Arbeitstag ist hart, ich muss im Leben immer hart arbeiten, ich muss noch etwas leisten. Nur wer hart arbeitet, bekommt etwas Liebe gegen Leistung, wer sich ausruht, ist faul und so weiter. Es sind noch viel mehr, du siehst sie hier alle. Kommt dir das bekannt vor. Mit diesen Glaubenssätzen, mit diesem Mindset, wirst du blind für die Leichtigkeit im Leben. Und den Fehler, den du nicht machen solltest, und deswegen ist es wichtig, das vergangene Jahr zu reflektieren, was hast du gelernt und was sind deine Erfolge, dass diese beiden Ichs, das Ich, das du heute bist und das zukünftige Ich, wie du idealerweise sein möchtest, den Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, dass diese beiden Ichs immer im gleichen Abstand stehen. Das heißt, je mehr du dich weiterentwickelst, je mehr Erfolge du hast auf der einen Seite, umso mehr schiebst du das Ziel deines zukünftigen Ichs auch wieder vor dir her. Und du bekommst so gar nicht mit, dass du dich exakt in der Geschwindigkeit entwickelst, in der sich auch deine Ziele entwickeln. Und das Problem ist, in diesem mentalen Konstrukt kannst du nie ankommen. Und so bist du, wenn du nicht aufpasst, immer am Hasseln, immer am Arbeiten, immer am Anstrengen. Du musst immer etwas leisten, weil du nie eine Chance hast, anzukommen. Und die Lösung ist, reflektiere dein Ja. Was sind deine drei wichtigsten Learnings? Mach dir deine Erfolge bewusst und feier sie. Ganz wichtig. Genieße dein Leben und sei auch etwas nachsichtig mit dir selbst, weil dein Leben muss nicht perfekt sein. Du bist in deiner Essenz gut, so wie du bist. Du musst nichts erreichen, du bist schon alles. Du musst nichts erreichen, du bist schon alles vollkommen auf deine ganz individuelle Art. Und Ziele setzt du dir nicht, um sie zu erreichen, sondern um zu definieren, welcher Mensch du werden möchtest. Mach dir bitte bewusst, was du dieses Jahr gelernt hast und was du alles geschafft hast. Und dann vielleicht für deine Leichtigkeit und Lebensfreude verankere bitte folgende Tatsache in deinem Mindset. Wenn du jeden Morgen voller Freude aufwachst, voller Energie und Motivation aus dem Bett springst. Wenn du nie einen Kaffee brauchst, wenn du keine Süßigkeiten isst und nie das Verlangen nach einem Glas Wein oder einem Bier hast. Wenn du niemals in deinem Leben bis heute irgendeine Droge genommen hast. Wenn du von allen Menschen geliebt wirst und selbst allen Menschen immer freundlich begegnest. Wenn du täglich Sport machst, dich permanent ideal ernährst und abends ohne Schlaftablette einschläfst. Dann bist du wahrscheinlich ein Hund. In diesem Sinne, dein Christian.